Ey Leute, mit der Höchsthoch-Verscheinigkeit wird es euch anschliessen, die nächsten 4,5 Minuten zu schauen, von dem wir skippt am Gescheinchen einfach vor, auf 4,5 Minuten, weil dann ist es gescheiter, dort funkt dann die Moderation an. Also, viel Spass mit dem Video! Also, was passiert jetzt? Schau, ich weiß, was du denkst, aber gehen nach Harvey wird nicht leicht sein. Ich weiß, aber ich gehe nach ihm, mit oder ohne dich. Willst du enden sterben? Ich will ihn weg. Er ist ein kohol-bloodiger. Der Welt wird einen besseren Ort ohne ihn sein. Du hast mir nie erzählt, Leo. Was ist deine Geschichte mit Harvey? Bevor ich mich verletzt habe, ich und Harvey haben einen riesigen Wert gemacht. Bist du? Nein. Habt ihr gehört von der Black Orlov? Bist du wirklich? Die Diamond? Wie hast du das gemacht? Ein viel Planung und ein bisschen Glück. Also, was passiert? Alles war unser Weg. Wir haben sogar einen Bewerb. Aber dieser Grätschenscheinchen hat andere Pläne. Und das ist ein wenig Glück. Das ist ein wenig Glück. Wir haben die Kopfschmerzen. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over. Now. This is nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Well, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. Hmm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry. He's going to be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Of course. Let's go. Und nach dem Mashallah-Indra, guten Tag, guten Mittag und haltet euch mal. Wir sind hier wieder bei O-Way-Out-Staffeln. Die Staffel Folge Nummer 6. Folge Nummer 6, ja. Das war das, was ich so meine Freundin und das ist die Saison. Wow, wo weisst du da? Weil die schon mal im Call waren und in Folge Nummer 2. Ach so? Ja. Wow. Und die kauft Kornflakes halt. Wow. Oh. Oh. What is it, honey? Oi. Oh shit. Dein Sohn findet es raus. Oh, bruuuuu. Sorry, Sohn. Oh, scheisse. Ja. Oh shit. Alex. Alex. Ja, ich bin da. Der Alex. Ja, er heisst Alex. Ich will, dass es so heisst. Hör, wir sind jetzt in einem Flugzeug drin. Oh, ich auch. Wer ist das dort vorne? Das ist ... Deine Mutter. Sieht eher aus wie Deine. Ah, gerade diese. Mein Handy hat gesucht. Wer hat auch geschrieben? Hmmmm. I was ... Jamie. What? Jamie. Ich bereue immer noch, dass ich Facebook runtergeladen habe. Facebook eingerichtet habe. Weil ich die ganze Zeit von Facebook voll gespammt werde. Mit Freundschaftsvorschlägen. Mit Freundschaftsvorschlägen. Facebook selber. Niem schreibt mir gar nichts. She was crazy. Aber es ist ... Ich habe mir Facebook runtergeladen. Nein, ich habe mir ein Facebook-Ponto erstellt, ob es zu ihm liegt. It's always been us against the wall. Du hast eine riesige Zeit. Genau, man sieht es so. Ja, dafür ist ... In der ersten Folge hat man gesehen, dass du etwas anderes so grosses hast. Hatte ich eine Satellitenschüssel gehabt? Du ein Clip. Nein. 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 Da habe ich kein Clip. Dann geht es doch mal weiter. Ähm ... Jamie hat einen Checkpoint. Schüss. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe es gesehen, gerade nächste Woche wieder. Ja, ja. Das ist jetzt im Trader verhakt. Da werden immer Film-Traders. So, Leute. So wie ich das hier einschätze, wird das ein bisschen eine längere Folge. Ja. Oh Gott. Von dem her stellt euch darauf ein, dass ihr das zum Nachtessen schauen könnt. Und nehmt es gemütlich mit dem Nachtessen. Bon Appetit. So, wo sind wir denn da? Wenn ich es richtig verstanden, müssen wir jetzt hier etwas suchen. Die neue Familie. Ja, ja. Da war ich immer noch vorne. Da ist doch deine Frau. Da ist doch deine Frau, oder? Die Frau. Ja, ja. Das ist doch nicht. Ja, das ist doch. Du bist doch so. Ich bin für mein Gottverben. Kommi sein zu sein. Ich werde ihn sein. Haha. Ja. Wie viele werden wir sein? Ja. Sie haben ihn auf mich. Oh, oh, oh. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich kann mich freuen, wenn Leute sind auf mich. Ja. Nein. Das heisst nicht, oder? Nicht cheaten. Also, jetzt müssen wir eher Malgos rücken, oder was? Jamie, komm. Komm, wir gehen ein wenig spielen. Komm da hoch. Jamie, komm. Ähm... Todyshop! Oh! 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 Ähm... 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 Haben wir zuerst Hobby Lust? Ja, zuerst Hobby Lust. Ja, ja, ja. Wir müssen das verarbeiten. Well... What the hell are you doing? What the hell are you doing? You probably did it. Ja, you did it. Jetzt schaukelt doch wenigstens. Did I? This is getting awkward. Weisst du, wenn wir schon da drauf hocken? Junge! Ach Gott, ja! Jaaa! Jetzt gehen wir zuerst mal zu dieser Frau wieder. Ich bin gespannt, was sie dann macht. Sind sie da immer noch dran? Ja... Hahaha... 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 Hättest du die Mutter mit der Erdacht zu ihr? I might have an idea of where your husband is. Oh, ich kann mir mal schauen, ob es da raus ist. Komm, du wohnst! 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 Oh, du wohnst! Oh, scheiße! Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Oh, warte, ich kann nochmal reinschauen. Ich kann rein sprenzeln. So, komm! Du wohnst! Oh, oh, ho, ho! Oh, ho, 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 ho! Leute, vielleicht zu Mianer, vielleicht auch nicht, vielleicht tun wir uns auch direkt zensieren. Ja, du, also, komm, mach doch mal weiter. Da vorne kann man doch sicher Baseball spielen. Hahaha... Oh, scheiße! Oh, oi, 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 oi! Okay, das ist ehrlich. Ich sieh's noch. What's up? Hi there. Hey! Can I take a swing? Yep, go ahead. Oh, ich sieh mir hier. Alright, go ahead. Ja, man! Zerig! Ja, sieh! Oh... Oh, ja! Ja! Hey! Dammit! Oh! Oh! Oh, nein, nein, ja, nicht so gut. Oh! Oh! Ja! Oh! Ah! Ah, es ist ein Sport. Ah! Ah, es ist schwierig. Ja, Mann, hör auf! Oh! Ja! Oh, ja! Er hat keinen Punkt gegeben. Ah, doch. Er ist erst jetzt. Oh! Oh! Oh komm, ooooh! Ja mann! Wollte ich die ganzen Bälle? Ja, als ob der Eimer so viel hat. Warum, ich will auch mal noch! Nein, Mann! Au! Äh, nein, nicht au! Au, Alter! Oh, shit! Uah! 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 Uah, Alter! Dammit! Ah! Ich lobe dich noch sogar! Ah! Uah! 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 Mein Score knackt noch! Nein! Ja komm, Alter! Komm schon, noch eins! Ah! Uah! Komm! So, schau jetzt! Der schiesst jetzt! Schiesst er jetzt denn, oder? Oder schiesst er nur, wenn... Stand mal vorne dran! Ein Schussdurchschnitt machen! Okay, I'm good! Sure! So, jetzt! Mach's da! So! Hey, Mann! Hey! Can I have a go? Hey! Sure thing! Here! Yeah, sure! Oh, scheisse! Oh! Ja, scheisse! Ja! Wie kann ich da hoch und runter? Geht nicht! Ja, du hast es nicht zu schnell gemacht! Ja, du hast es nicht zu schnell gemacht! Ja, du hast es irgendwann nicht zu schnell, Alter! Ich habe mit dich auch nicht zu schnell gemacht! Muss ich langsam sein, musst du sagen! Hey, schau! Jetzt siehst du, dass das nicht so einfach ist! Ich bin zu tief! En mein zu tief! Uhhh! Und da! Komm schon! Hey hey hey! Eie, warte da! Eie, egal! Eie! Eie, klingelt sich langsam! Naaah! Eie, heiß! Willst du eine Warte machen kurz? Ich glaube, es müsst mal landen. Sie müssen selbst mal alle landen. Und was geht's? Wer meint, am weitesten Schiess? Ich komme überhaupt nicht raus. Also Schiess! Oh! 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 Scheiss! Oh! Jaha! Ja! Jamie, hier noch! Ah! Beim nächsten noch einen brechen! Oh! Das hat jetzt schön ausgesehen. Jetzt schauen wir diesen zwei schnell zu. Die können es doch jetzt. Die schiessen gar nicht. Doch! Ja, 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 ja! Also, ich glaube wir machen da mal weiter. Die hier ist gerade fertig mit ihrem Mann. Was ist... Was macht der da eigentlich? So. Weiter im Text. Wo gehst du hin? Wo läufst du hin, Mann? Ah! Weisst du wo durch oder was? Hey Leo! I think I see your kid down there! Ja, ich auch! Ah! Du hast mich auf dem Pult, Alter! Vincent! Help me out! I need help here! Bist du schwach oder was? Bist du etwa zu schwach? Ja, bin ich! Hey! Hey! Hey Linda! Over here! Leo! Hey! Sorry, da bin ich wieder. Gar nicht auffällig gewesen. Also... Was? Ja, dass sie so... Jetzt sie ein Hund oder was? Afternoon, ma'am. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kinda busy here. Ma'am? Your husband is broken out of prison. Nein! 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 Okay? I have no clue... Ihr Hasband ist ausgebrochen. Bin ich das? Ich bin ein Hasband. Wenn du Hasen spendest. Boah, aber... Maschalabu da. Ja, 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 ja. Es ist eine gute Idee. Ja, ja, ja. Gute Wahl gestopfen. Und die haben auch eine schlechte Wahl im Auto getroffen, sag ich dir ganz ehrlich. Schlechte Wahl im Beruf, gell? Ja. In Basel fahren wir mit Teslas rum. Polizistellen. Teslas? Oh Gott. Ja. Und mit Smarts. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Du bist Smarts, Alter. Das habe ich hier letztens gesehen. Smarts, Frühling. Tesla habe ich jetzt noch nie gesehen. Du bist Verfolgung von so einem Scheißsmarts. Ja. Oh, Bro. Da muss ich... Bro, da muss los. Hey, buddy. Boah, da muss ich los. Oh nein, mein Sohn. Und jetzt tust du mir den Beisvorschläge richtig ein. Jamie. Hä? Ich weiss ja, was man mit meiner Taschentur los ist, aber irgendjemand hat da wahrscheinlich mal drüber gekolert. Jetzt ist alles... Kolert? Ja, weiss auch nicht, Mann. Geil. Hey, Leute, lasst ein Like da. Wenn euch nicht getastet, dann wird das auch schon von mir gekozen. Ey, wenn ich auch mit euch kotzst, meldet euch. Meldet euch, die werden dann ERA abonnenten. Ey, soll ich mal etwas vergessen? Was? Die Abonnenten des Tages wird so einblenden. Danke, dass du abonniert hast. Jamie. Bis ich dann nicht... Müssen wir dann daran denken, gell? Nein, soll ich mein letztes Video den Ehrenabonnent vergessen? Nein! Nein, das ist schon gut. Wir haben dafür einen Kommentar einblenden. Irgendetwas wird einblenden. Entweder Kommentar oder Abonnent. Nein, der Ehrenabonnent. Wenn du das Bike anlögst... Oh, ich schnapp... Oh, 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 oh. Du machst 10 Schüsse. Ich mache 10 Schüsse. Das ist der Beste hier drinnen. 2... 3... Nice! Ah, da gehen nur 3. Mach du auch nur 3. 3... 3 ganze... Okay, gut. Gut, also... So, jetzt ist es wirklich zerstört. Schon. Zerstört wirst! Die Pilze ist jetzt weg. Nein! Oh. Oh, ich habe noch Sachen gefallen. This was a great day. BUSSEL! Oh, 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 oh. Du kannst auch mit der Maus, gell, also... Holy crap! Essha! Ha ha! Ah, warte, ich habe hier runter. Hey! Youiihu. No, oh, der 3-Buse. �eui. Spitz 45. Tschieus, Jamie. Oh nein, dein Bild verschwindet gar nicht... Hallo, Bro. Nein, Ari, er drückt aus dem Weg! Sehr wichtig. Ich werde von einem kleinen Kind wegdrückt... feww. ашolo, famosoeteil. Nein. Hey, ich bin unsichtbar, Uro. Wieso bist du unsichtbar? Aha, bei mir ja. Junge, ich habe hier eine emotionale Szene. Was fällt dir ein? Hallo, wie geht's dir so? Nicht gut, Mann. Hey, hey, das geht bei mich nicht. Hallo? Hey, Bro. Ciao, ciao, bro. Ciao, bro. Ciao, bro. Ah, dort bist du. Jetzt tut es. Nein, ich merke ja schon. Hey, bein Wifi. Ich lasse dir bitte. Mann, noch? Ja, aber bevor du weitermachst, ich will das als fertig machen. Du hast nichts. Pisse. Lass dich so unter. Ja, ja. Kannst du deine Dart-Skills noch ein bisschen... Aber jetzt musst du erst mal den Töffli mich so runter holen. Ja, Mova Profi. Ma'am. Alright. Want to start it up for me? Yeah, I can do that. Yeah. Yeah, I can do that. Der Rigg. Oh. Bullseye. Oi. Hallo, ich habe drei Bullseyes gemacht. Was wirst du? Hey. Der Rigg. Das klingt richtig scheisse, Alter. Junge hat das so wie die Stöffli. Jöröle. Junge, diese blöde Maus, Junge. Ja, wirklich. Du gibst aber nicht mehr als 100 Punkte bis jetzt herbekommen. Hehehe Hm? Es sind mehr Sonderpunkte bis jetzt anhause. Junge, ich kann die Musa auch mal dort bleiben, wo sie soll sein. Junge, du setzt mich gerade unter Druck. Hey, Kikang, das weisst du. Ich muss die Beugelühe, nach dem Sonnengelegen. Jajaja, mach das. Ja, okay, komm, ich bin gut, dein Onkel. Onkel alle. Bebeee. Bangu lang, oder? Das weisst wirklich. Ne. Seh dich, komm schon. Hehehe. 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 Ah, Mann. Junge, hör auf. Junge, hör auf. Weisst du, ich kann nicht schiessen, wenn du vorne durchläuft. Hehehe. Hehehe. Junge, hör auf. Jamie. Ich stand dir da mal davor. Ja, aber bei mir wird es dann gesperrt. Ja, das ist schön. Wenn du nebendran stehst. Komm schon. Ohoho. Hehehe. Hehehe. Das hat jetzt so lange gebraucht. Hehehe. Soll ich 180 machen, he? Soll ich 180 machen, he? Mach jetzt 180. Mach jetzt 180. Hehehe. Wie willst du das noch toppen? Fährst du ja wieder bei 0 an. Und wenn du dann nur noch 3 Schüsse hast. Ah, fuck. Hehehe. Ja, 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 ja. Ja, nein. Was für ein Not Focused, Alter. Hey. Wie viele Punkte habe ich gemacht? Zu wenig. Was ist das? Du hast 58 gemacht. I love your son as well. Junge, was willst du dort? Das ist mein Zun. Why don't you come down and help me fix it? Ey, ich sage, warum bist du dort? Bist du dort hinten? Bist du wirklich dort hinten? Ja. Oh, du bewegst dich tatsächlich. Sehen wir mich dort hinten? Sehen wir mich dort hinten? Oh, da. Man sieht mich doch sicher eins, ja. In dem Moment, wenn du als Nebenrollen. Komm, schau mich an. Schau mich an. Schau mich an, bevor du nichts ausmachst. Schau mich. Nein. Ja, hallo, hallo, hallo. Junge, was willst du von mir? Ich habe mir jetzt mit dem Hammer geschlagen. Hello. Wie willst du das wirklich machen? Hehehe. Ah, witzig. Ich schaue gerade auf mein Handy. Dann siehst du die Meter. Das ist schon eine Nachricht. Was? Ich habe mit mir ein Like gegeben. Auf mein Herz. Hä? Was? Was? Was habe ich? Was? Ich habe in dem Fall noch keinen einzigen Kommentar beantwortet oder irgendwie geliked. Ja, ich habe ein Herz bekommen, weißt du? Das ist schon so. Ja, du hast... Ähm... Dann bin ich das nicht ehrlich. Hehehehe. 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 Ja, kritisch, he? Wenn es YouTube selbstständig macht. Kritischer Hase. Hehehehe. 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 Das glaube ich noch so schnell. Come on, Vincent. Okay, guys. One game. Get ready to lose, boy. Will man kurz am langen Nase? Hehehehe. 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 So, und jetzt he. Damit das Kind richtig zerstören. już stören, ohja. We machen Mobbing, sowie biReal. Sorry Gae seen boi. I can't eat aboutadamente. Dee soy bye. Yea. Neeein. Neeein. Me fascinating. Heheheh. Hehehehehey. Scheisse. Ja pop t involve you. e Chu se umg ja hallulumem. Baaaammnn. Ey. Bah. Abra daddy bubam. Nein! Ich kann nicht direkt schiessen! Du musst dir vorgehen! Oh ja! Weisst du was witzig ist? Du musst jetzt einfach irgendwo hinschießen und du findest auch nicht dahin, weisst du? Nein! Gib mal! Gib mal! Gib mal! Gib mal! Schiessen den Ball einfach mal irgendwo hin! Schiessen den Ball irgendwo hin! Nicht zu ihm! Dann lass ihn! Oh nein! Schau! Nein! Du hast dein Kind kaputt gemacht! Nein! Gehst du es mal! Schau! Oh schon! Ich zeig dir jetzt hier das Profi-Dunking-Doorz! Ja! Warte! 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 Lauf! Oh! 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 Nein! Da schaffe ich noch einmal! Oh! 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 Ah! Oh! Ich glaube ich war nicht der Engse! Badabam! Boom! Tschakadabam! Ja! Oh! Was für ein guter Vater ich bin! Hallo! Ja! Hey! Das ist mein Sohn! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Du bist wirklich gut! Und? Du solltest ein Pro-Dunk! Du solltest ein Pro-Dunk! Wirklich? Ja! Ja! Du solltest ein Pro-Dunk! Du solltest ein Pro-Dunk! Hm! Ist meine Frau jetzt kriminell?! Ja! Ich bin so Sargös sehr gefährdet! Mhm? Hm? Ja! Ist meine Frau jetzt kriminell! Ja! Hey! Ich bin算ikkely! Sch consoleam! Ich kann jetzt meine Frau ein wenig schlafen inогですね! Möchte mich. Jetzt denkt das etwas zu purpose! Weiss, weiss, chillen. Kann ich hier irgendwie schneller laufen? Scheiss es mich ein bisschen an. Kann ich durchs Gebüsch laufen? Ähm... Hey Jamie, schau, jetzt kommt Kassin. Kommt sie... Hey! Ja? Ja, das ist Jamie. Any idea where he is? What? Hey, hallo. Saif, du bist jetzt immer noch rumrennen, man gehört es einfach nicht. Ich sehe es noch nicht. Ja, Alter. Wacht, du bist ja eigentlich der Dunne, sehe ich dich jetzt nicht da raus? I need you to be ready to leave the country as soon as I'm back. Nein. Also doch, ich sehe das Ding. Aber ich sehe dich nicht dort. Das ist ja nicht der Basketballplatz, das ist der Dunne Basketballplatz. Ja, das ist der Dunne Basketballplatz. Sie kick die Ase, Alter. Ohohoho. Was will sie machen? Mara füren holen. Eine Frage, wo gehen die eigentlich aufs WC, wenn ich das so fragen darf? Egal. In das Gebüsch, oder was? Sie ist scheiss. Junge, würde ich fühlen, wenn die einfach ins Gebüsch gehen. Gut, jetzt hier. Das Schatz, Alter. Du bist ein فortnite unterweck. Wie hattest du dich in Fortnite letzte Woche? Ich wasss nicht wirklich. Du bist ein Mann, Alter. Das ist... Oh. Das war schauber, Alter. Du bist ein Fortschatz. Du bist ein Fortschatz. Du bist ein Fortschatz. Du bist ein Fortschatz. Wauw, ey, wauw, wauw, und das hat er jetzt nicht betitelt an Ehrenlosen. Sorry, ich kann die Titel immer noch umsetzen. Bringt voll. Jamie. Das sieht jetzt aus, als wäre du ein Checkpoint. Und damit? Nein, noch nicht, noch nicht. Jetzt spielen wir uns hier noch ein bisschen einspielen. Okay, wir kommen mit dem Bus an. Wir kommen mit dem Bus an, dann spielen wir noch 1-2 Minuten. Nein, komm, das bleibt alles aufs Niveau. Nein, nein. Können wir als Reden sein? Komm schon, schau da. So, liebe Leute. Jamie, Jamie, Jamie. Jamie, ich kann schnell ruhig sein. Nein. Liebe Zuschauer. Dir gesagt, dass diese Entscheidung bevorsteht. Darf man, schreibt es wirklich. Bitte. Blöffen oder Drohen. Drohnen oder Pföffen. Löffen oder Köffen. Was sollen wir machen? Disco. Und damit. Vor 3 Wochen ist das so gut gelungen. Oder von 2 Wochen. Ich weiss gar nicht, wenn die letzte Folge ist. 2 Wochen. Das ist so gut gewesen. Ich mache das Auto. Ich mache das Auto. Ich mache das Auto. Sorry, guys. Danke, dass du das Glück hast. Danke. Du hast auch schon den Eindruck gemacht. Das ist mir egal. Bye bye. Bye.